Sabus, ja, da das heutige Video ja im Prinzip nur ein Bonus ist zum Sennheiser i900 Test, mache ich mir jetzt nicht groß die Mühe, das zigmal abzudrehen, bis ich es einmal sauber hinkriege, weil im Prinzip mache ich auch nur ein paar Leuten den Gefallen, es waren glaube ich drei, vielleicht auch vier, keine Ahnung, die eben um den Vergleich gebeten haben und für mich hat er persönlich nicht Sinn gemacht, aber die haben es auch selber so eingesehen, aber wenn ich dann genau darüber nachdenke, okay, okay, ja, auf eine Art kann ich es nachvollziehen, denn es ging halt darum, weil sie meinten, natürlich sind die beiden nicht miteinander vergleichbar, eben mit dem Sennheiser i900, ein 1300 Euro geschlossener in-ear und dann gegen den Hyperman aneinander, also ein knapp 1000 Euro teurer, offener Planar over-ear und es gibt schon genug Leute, die den eben als Import für 600, 700 Euro bekommen haben und das ist nicht miteinander vergleichbar, das waren sie sich bewusst, aber es ging denen halt darum, weil sie gesagt haben, ich war ja damals schon so begeistert vom aneinander, hab den so hoch gepusht und jetzt eben den und die wollten halt den Vergleich wissen, gerade weil sie halt überlegt haben, vielleicht ja eben in ihr Pendant zum aneinander zu finden, möchte ich allerdings eines ganz klarstellen, die beiden sind grundverschieden und das ist nicht nur aufgrund des Formfaktors, der Portabilität und so weiter, auch klangabstimmungstechnisch und natürlich von den Eigenschaften, wie sich das Ganze eben verhält, sind relativ stark unterschiedlich, aber das heißt halt nicht, dass eines besser ist als das andere, das kommt auf den persönlichen Geschmack an und das wird auch heute nur das sein, mein persönlicher Geschmack, also die ganzen Einschätzungen und so weiter, sind eigentlich im Prinzip schon objektiv, aber die Einschätzungen, was ich daraus mache, eigentlich eher subjektiv. Möchte ich allerdings auch eines klarstellen, ich bin nach wie vor absolut begeistert von dem aneinander, daran hat sich nichts geändert, für das Geld ist es immer noch ein absolut geniales Teil, aber da ich eben die letzten vier Wochen im Prinzip exklusiv nur den Sennheiser i900 getestet habe und von dem halt megamäßig begeistert bin, wird sich das in dem Video halt auch zeigen, also ganz klar wird der hier heute als Sieger davongehen. Ob ihr das jetzt genauso seht, ist allerdings eine andere Sache, ich versuche es objektiv genug zu machen, aber ich möchte es jetzt irgendwie nicht irgendwie verbergen, dass das Ding absolut mein Favorit ist, weil er jetzt nicht nur unbedingt klangtechnisch einfach meiner Meinung nach überlegen ist, natürlich liegt das wieder aufgrund des Farmfactors, aber einfach dieses gewisse etwas bietet, was der aneinander auch macht, aber nochmal auf einem ganz anderen Level und ja, aber ich rede ja eh nur mit drei Leuten, die es interessiert hat. Okay, anfangen möchte ich kurz mit folgendem, und zwar wäre das der Komfort. Natürlich hat es einmal mit eben einem geschlossenen In-Ear zu tun, aber mit so ziemlich allem dem bequemsten, also hier haben sie im Prinzip alles genau richtig gemacht und ich hatte zum Beispiel einen Zuschauer, der meinte, wenn das Teil doch nur kein Bügel wäre, mit denen kommt er nicht klar, muss ich folgendes sagen, ich ziehe generell eigentlich immer einen Over-Ear, einen In-Ear vor, aber hier aufgrund des Bügels, wo ich schon sagen muss, ich verstehe nicht mal genau, wie der hält, weil ich spüre den Bügel nirgends, weil ihr seht schon hier, der berührt hier nichts, der liegt auch hier oben nur leicht an und im Prinzip wird der nur von hier gehalten und keine Ahnung, wie fliegt das Ding, also ich spüre vom Bügel nichts, also im Prinzip deswegen, Leute, die keine Bügel-Kopfhörer mögen, sollten hier sogar mit klarkommen. Und dann habt ihr eben das Geile, was ich schon auch im Test erwähnt habe, dass die Ohrstöpsel im Prinzip auch nur aufliegen, also ich verstehe gar nicht, was genau, wie das Teil hält, aber Fakt ist einfach, das Ding ist super bequem auf lange Zeit und das Geile zum Beispiel, gerade weil ich ihn auch in letzter Zeit fürs Gaming benutze, ist, dass ich nicht eben den Kopfhörer auf dem Kopf spüre und das Ding eben so dezent ist, dass ich stundenlang sogar gerade den lieber nutze als sonst schon den Kopfhörer. Also muss ich allerdings auch sagen, den Ananda, den finde ich eigentlich schon bequem, auch gerade wegen den großen Polstern, wobei das so ein bisschen ein Nachteil ist, aber auch zum Beispiel der Bügel, der ist halt nicht wirklich flexibel, also wenn er auf eure Kopfform eigentlich ideal passt, was bei mir jetzt nicht unbedingt der Fall ist, dann ist das Ding schon bequem, aber ich habe es auch damals schon gesagt, dass, weil er halt so lang ist, was eigentlich geil ist vom Ohrpolster, er auch schon ein bisschen auf den Kiefer gehen kann. Also es ist jetzt nicht so wie bei dem LCD 2C von Odyssey, wo es mich wirklich gestört hat, wo es nach einer Weile wirklich wehgetan hat, aber auch gerade da, der so nicht so flexibel ist, also es ist bei Weitem eben kein Hi-Fi-Man, HE 1000, HE 1000, der V2, egal, kommt gerade durcheinander. Er ist aber immer noch sehr bequem, es gibt bequemere, also Sundara ist immer noch um einiges bequem, aber das Ding ist immer noch schön, aber wenn ich jetzt hier einen auf Dauer vom Komfort vorziehen müsste, momentan, muss ich sagen, wäre es immer noch der Sennheiser, also das Ding überrascht mich, weil ich bin einer, wo eigentlich einen Ine nicht lange tragen möchte, aber hier hatte ich da wirklich kein Problem mit. Vor allem ist er dann eben auch dezenter, unauffälliger, bequemer halt, weil im Ohr, wobei das auch ein riesen Unterschied ist, aber das ist eine andere Sache. Ja, und der nächste Part wäre eben das Amping. Es ist, glaube ich, relativ klar, welcher leichter zu betreiben ist. Also der Sennheiser, habe ich auch schon im Test gesagt, der ist easy anzutreiben, der braucht auch nichts Hochqualitatives, da langt schon wirklich was Günstiges. Wenn ihr was Besseres gebt, dann gibt es euch auch zurück, aber es muss nicht unbedingt sein, gerade eben portable. Bei dem Hi-Fi-Man aneinander ist es allerdings auch verhältnismäßig leicht. Also ihr braucht da nichts Besonderes. Also selbst so ein Hi-Fi Zen Deck für knappe 140 Euro, der holt da schon extrem viel Potenzial raus und ich habe mit deutlich teurem jetzt nicht, also persönlich bei dem so viel raushören können. Ist vielleicht Ohrensache, keine Ahnung, aber das ist relativ leicht. Aber wenn ihr eben portable sein wollt, hat natürlich der Sennheiser ganz klar den Vorteil, einfach weil er geschlossen ist, weil es ein Ineos ist, den könnt ihr überall mitnehmen, auch mit einem leichten Amp. Und das ist ein offener Planner, den nimmt keiner raus. Also vielleicht im Garten oder so, aber mit Sicherheit nicht irgendwo in die U-Bahn, weil da hat sich ja so offenes Hörte halt jeder mit. Okay, und weil ich ja den Hi-Fi schon erwähnt habe, das ist mein Vergleichsszenario. Also ich habe das Ganze gestern mal so ungefähr so ein paar Stunden einfach mal im Direkten vielleicht immer mal wieder hin und her geswitcht mit dem Hi-Fi Zen Deck und auch Ken Signature. Ich wollte jetzt nicht noch verschiedene Amps nutzen, weil eine gute Basis und dann kann man da relativ gut vergleichen mit. Und wie schon gesagt, da sind relativ starke Unterschiede zwischen den beiden, wobei ich jetzt heute nur das ab Werk testen möchte. Also ohne EQ und so weiter, weil mit dem EQ könnte ich mir den Ananda noch ein bisschen gefälliger machen. Aber das Gleiche könnte ich auch mit dem Sennheiser. Weil ich muss halt sagen, der Sennheiser, so wie er abgestimmt ist, ist eigentlich nicht das, was ich bevorzuge. Aber so wie er ist, funktioniert er halt einfach supergeil. Aber wie schon gesagt, der Ananda ist Hammer, aber der Sennheiser ist einfach mindestens noch mal ein Level besser. Wobei schon, wie gesagt, ich es persönlich ja eigentlich nicht miteinander vergleichen möchte. Aber Leute haben mich halt gefragt, du bist so begeistert vom Ananda, wie ist das Verhältnis eben mit dem Sennheiser I900? Sagt dich denn, ich habe die beide gar nicht zusammen gehört, den Ananda auch schon länger nicht. Dann habe ich mir halt jetzt mal die Mühe gemacht. Und eben im direkten Vergleich, dann habe ich erst gehört, wie groß der Unterschied ist und was ich an welchem wie mag. Und das möchte ich halt einfach auch eben teilen. Und das ist eben auch das Wirken, ist so eine Sache. Bestimmte Sachen sind objektiv bei allem besser. Das heißt aber nicht, dass sie mir subjektiv auch unbedingt direkt besser gefallen. Ich habe schon gesagt, das ist so eine Sache. Okay, kommen wir zum ersten Punkt. Das wäre Bühne-Imaging. Für mich, ich will nicht sagen haushoch, aber schon relativ leicht oder offensichtlicher Sieg für den Sennheiser. Was ich dort im Test schon erwähnt habe, der klingt so plastisch. Aber eben vor allem dieses, ich will nicht sagen jetzt direkt eben Weite. Es ist so nicht, aber holographisch. Und im Prinzip, wenn ich die jetzt beide eben kurz zusammenfassen müsste, dann wäre es einmal eben Sennheiser, plastisch, holographisch und dann gegen eben aneinander weit luftig offen. Weil der I900, der klingt schon recht weit, aber eben auch natürlich eben nur für ein Closed-in-Ear. Er ist leicht luftig, aber bei Weitem nicht so wie ein Aneinander natürlich. Aber man merkt halt ganz klar, es ist ein Closed, aber er ist super ausgewogen. Aber was ihn halt für mich so auszeichnet, er klingt so dreidimensional. Er klingt so holographisch, so umringend. Also man kriegt doch viel eben im Prinzip Rückheil von hinten wieder mit. Der Aneinander dann allerdings im Vergleich, der klingt natürlich deutlich weiter, eben aber auch für einen Offen, denn jetzt nicht mega weiter. Also so ein Sennheiser HD800S, den ich da noch habe, der klingt noch mal viel weiter, ist mir aber schon persönlich zu weit. Der Aneinander hat da für ein Over-Ear meiner Meinung nach genau die Balance getroffen, aber er klingt auf jeden Fall weiter, er klingt offener, aber auch ein bisschen diffuser. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also gerade im direkten Vergleich war es halt so ein Riesenumstieg, dass es manchmal schon ein bisschen komisch war. Momentan liegt mir das, was der Sennheiser macht, eben eher. Deswegen fand ich es halt immer ein bisschen erschreckend, wenn ich direkt gewechselt bin, in dem Aspekt natürlich. Aber es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Musik und so weiter und so fort an. Aber er ist definitiv weniger klar beim Imaging und er hat definitiv aus irgendeinem Grund, was ja eigentlich eine Over-Ear haben sollte, einfach ein bisschen weniger Plastizität und Definition. Also die Bühne ist meiner Meinung nach bei einem Sennheiser Wahnsinn. Gaming. Ich weiß, bei so teuren, aber egal, die sind beide echt gut fürs Gaming geeignet, wobei für zwei komplett unterschiedliche Sachen. Der i900 für mich, danke eben, wie schon gesagt, dieser Plastizität, dieser Tiefenwirkung dieser Bühne generell auch von der Ordnung einfach besser für Gaming gedacht, gerade in Sachen Competitive Gaming. Dereinander dann allerdings durch die weite Bühne und eben durch den Bass und die Atmosphäre und so weiter meiner Meinung nach besser für solche Spiele halt Action, Casual und so weiter, wenn die Atmosphäre ein bisschen eher im Vordergrund ist, weil das Imaging dort ist zwar gut, aber halt nicht so Pinpoint Precision technisch gesehen, wie jetzt eben halt der i900. Nächster wäre Signatur. Und da gibt es, wie schon gesagt, auch einen riesen Unterschied und da wäre halt Sennheiser i900 dark und smooth, also dunkel und sanftseitig gegeneinander mit hell und frisch. Das sind schon mal zwei krasse Unterschiede und ich bin eigentlich einer, der dieses bright, fresh vom Aneinander mag. Und eventuell würde mir der Sennheiser 900, wobei ich das irgendwie fast bezweifle, wenn ich ihn so abstimmen würde, noch mehr gefallen. Jetzt frag dich vielleicht, warum hast du es nicht gemacht? Weil ich, wie schon gesagt, den einfach so stimmig finde ab Werk, dass ich da nicht unbedingt was verstehe, nicht auf dem Level. Ich werde es vielleicht irgendwann mal aus Langeweile probieren, aber ich glaube eher nicht. Denn im direkten Vergleich, ja, aber kommen wir zum i900 zurück. Ein leicht betonterer Bass, also definitiv mehr wie bei einander, kleines bisschen. Und das möchte ich auch noch klarstellen, wenn ich die beiden jetzt vergleiche, wenn ich sage, besser, mehr, hin und her, dann ist es immer auf den bezogen. Ich gehe jetzt nicht aufs Holistic Ding, aufs ganze Level ab. Das ist jetzt eben der Vergleich zwischen den beiden und alles, was ich eben erwähne, ist eben im Kontrast zu dem anderen. Also hier im Vergleich zueinander ein leicht betonterer Bass. Die Höhen, klar dunkel und ich weiß, im Test habe ich so gesagt, es kommt je auf Musik drauf an, aber mir ist auch aufgefallen, dass gerade zum Beispiel bei Rock fällt es deutlich mehr auf und bei Metal als bei Pop und Mainstream. Da wirkt es nicht mehr ganz so dunkel, weil dort habe ich ja gesagt, der passt sich fast an, aber ich finde halt, obwohl er dunkel ist, irgendwie nicht unangenehm dunkel, was zum Beispiel gerade bei dem LCD 2C von Odyssey bei mir der Grund war, was ich nach einer Weile einfach nicht mehr mochte, wobei es da auch ein bisschen die verfärbten Mitten ein bisschen waren. Aber zum Aneinander kommt, der ist definitiv recht hell, wobei ich das ja immer gut fand. Dann natürlich eben klingt er dadurch auch gerade beim Übergang allerdings von den Mitten zu den Höhen im Verhältnis natürlich zu den Sennheiser jetzt ein bisschen dünner, allerdings auch ein bisschen schaut ihr generell weniger sanft und smooth. Es war ein bisschen anstrengend, den bei gleicher Lautstärke zu hören, deswegen komme ich auch da zur Langzeittauglichkeit. Der klare Sieger hier ist der IA 900. Dadurch, wie gesagt, dass er oben sanft ist, aber auch ein bisschen dunkler, könnt ihr extrem hohe Pegel fahren, ohne irgendeine Anstrengung, aber auch ohne, dass er irgendwie langweilig oder dumpf wirft. Wo halt der Aneinander klar fordernder ist, der will mehr Aufmerksamkeit. Wenn ihr ihm die geben wollt und wenn ihr in der Laune seid, das auch so aussuchen zu wollen, dann ist das auf jeden Fall auch passender. Aber er wirkt im direkten Vergleich, gerade in den Mitten und Höhen so ein bisschen leicht überladend, anstrengend, aber auch teilweise eben dadurch auch detaillierter und spritziger vor allem. Also das ist definitiv der Lebendigere, wenn man es in dem Sinne eben so sehen will. Ansonsten beim Bass der IA 900, der hat halt den Bass, würde ich sagen, hörbar besser, wo jetzt zum Beispiel der Aneinander spürbar besser ist. Einfach aufgrund dessen, dass hier halt der Bass auf euren Ohren auch vibriert, wo allerdings der, zum Beispiel der Sennheiser einfach tiefer geht und teilweise, wenn der wirklich diese Frequenzen bringt, die er teilweise nicht mal direkt hört, da spürt ihr den Bass auch, aber es ist ein anderes Spüren. Das hier ist eher so ein physisches Spüren und das ist eher so ein empfundenes Spüren. Ein bisschen komisch auszudrücken, aber ich hoffe mal, ihr versteht, was ich meine. Und dadurch halt eher auch ein bisschen im Hals so eine komische Sache. Also der hat aber definitiv, der Sennheiser, er hat irgendwie einen brutaleren Impact und Punch, er ist auch dort durch die höhere Auflösung irgendwie auch plastischer, voluminöser, der Aneinander, der hat mehr Basskrummeln, weil er halt die Bewegungen halt direkter spürbar macht. Das ist Geschmackssache. Also persönlich, der Sennheiser hat einen wahnsinnig guten, halt fast schon greifbaren Bass und der ist sehr, sehr tief, sehr, sehr strukturiert und definiert halt, wie schon gesagt, sehr, sehr plastisch. Bei den Mitten, der IA 900 ist deutlich cleaner, wobei cleaner jetzt nicht unbedingt immer besser sein muss. Das habe ich damals schon bei dem Xelenta so gesagt. Clean kann auch teilweise ein bisschen steril wirken, aber das hat er hier zum Glück nicht. Aber er ist auf jeden Fall ein bisschen klarer, er hat strukturiertere Mitten, aber die ganze, also die Bühne in dem Bereich auch gerade beim Gesang in der Richtung, die ist ein bisschen dichter, enger. Und das jetzt nicht unbedingt im positiveren Sinne, weil halt der Teil der Bühne halt ein bisschen kleiner, vielleicht ein bisschen beengend für manche Leute sein könnte. Also das habe ich so auf jeden Fall feststellen können. Aber dafür auch wiederum im Vergleich ist er voluminöser, er ist irgendwie voller mit mehr Fleisch. Er klingt aber auch eben schon, wie schon gesagt, leicht digested. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das gescheit übersetzen soll. Also da ich die ganzen Begriffe Englisch gelernt habe, habe ich das jetzt so im Kopf. Also macht damit, was ihr wollt. Also so ein bisschen verengt, minimal komprimiert. Wobei jetzt komprimiert nicht im Sinne von Kompression von einer MP3 oder so, sondern komprimiert, dass das halt alles ein bisschen enger beieinander wirkt. Weil die Vocals zum Beispiel auch ein gutes Stückchen intimer sind. Wobei die Vocals allerdings mal von den Instrumenten deutlich klarer separiert sind. Und das macht manchmal einen recht großen Unterschied. Weil bei dem Aneinander, da will ich jetzt nicht sagen, dass alles ineinander verwäscht, aber ich glaube mal, weil es ist einfach so, also auch durch die Dynamik, die Spannweite zwischen was im Bass unterwegs ist, was in den Mitten und in den Höhen, die ist irgendwie größer gefühlt bei dem Sennheiser. Wobei dem Aneinander irgendwie alles auf einem Level ist und dadurch kann man die einzelnen Bereiche halt nicht so ganz klar voneinander trennen. Weil der Aneinander im direkten Vergleich jetzt wird er eben ein bisschen beschäftigter klingt. Er ist ein bisschen zu viel teilweise unangenehm los. Kommt natürlich auch wieder auf die Musik an. Schon wie im Test gesagt, er ist leicht gefärbt. Er ist allerdings auch deutlich präsenter bei aggressiver Machermusik. Muss man mögen, muss man nicht mögen. Das will ich jetzt deswegen auch nicht als Positiv oder Nachteil sehen. Dann ist er aber auch, das hat wieder einen Vorteil für sich. Er klingt ein bisschen leichter, unbeschwert. Auch dadurch, dass er nicht so dunkel ist. Er klingt weiter. Die Vocals sind deutlich weiter weg und das ist persönlich eine Sache, die ich nicht ganz so mag. Vielleicht finde ich deswegen auch den Sennheiser in der Beziehung wieder besser, vor allem weil auch der Aneinander ein bisschen diffuser klingt. Aber eben auch spritziger und spaßiger. Bei den Höhen. Da im Prinzip ist jetzt der Sennheiser am weitesten weg von meinem subjektiven Referenzpunkt, weil ich ja eigentlich einer Binz der Hell will. Aber der i900, der ist halt das so Ideale, er ist null grell, null spitz, wobei ich schon oft gesagt habe, ich hätte da kein Problem mit, aber er ist auch trotzdem null dumpf. Vorteil ist halt, keine S- und Zischlaute und dadurch, wie auch schon gesagt, könnt ihr saulaut hören, ohne dass das Ding halt jemals ansatzweise irgendwie belastend wirkt oder sonstiges. Deswegen, wenn man Pegeljunkie ist wie ich und das auf lange Zeit, dann gibt es nichts Uneinstrengenderes als eben den dadurch auch leicht dunkleren, aber eben sanft snooven eben sein als i900 und dank eben der generell super Auflösung kriegt ihr halt diese Details trotzdem super geil, weil der halt sehr enthüllend ist und er macht es einfach leichter, sich eben auf bestimmte Bereiche zu fokussieren, da eben klarer definiert und deswegen wird da weniger Aufmerksamkeit auf bestimmte Sachen gezogen, außer man will das. Der Nanda, der ist nie und immer dumpf, weil er ist teilweise leicht spitz, wo ich schon gesagt habe, das mag ich persönlich. Dafür ist er allerdings eben spritziger, lebendiger, super detailliert, auch noch, nicht auf dem Level, aber teilweise wirkt es halt so, weil Höhen ein bisschen präsenter sind, aber es ist halt minimal schwerer einen bestimmten Fokus auf bestimmte Sachen wie gerade Gesang zu finden. Dann, der nächste Punkt, das wäre die Genre-Tauglichkeit und da muss ich eins klarstellen, das sind beides für sich, für das, was sie machen, absolut geniale Allrounder, also beide können Pop, sowieso, so, so, beide können Rock, super geil, der Ananda hat halt den Vorteil bei Rock und Metal, die ein bisschen so schlechter abgemischt sind, die ein bisschen dumpfer sind, der ergibt denen ein bisschen Frische. Der Sennheiser, der schafft es auch, also jetzt schlechtere Musik, unangenehmere Musik, schön klingen zu lassen, ohne sie zu schönen, aber ohne sie jetzt irgendwie frischer klingen zu lassen, dadurch, weil er halt so sauber auflösend ist, weil er so klar alles so definiert, wiederbringt und dadurch klingt es halt auch gut, aber halt ganz anders gut, als jetzt gleich zum Beispiel zu dem Ananda. Natürlich jetzt Bassmusik, beide super geil, wie schon gesagt, der Sennheiser ist ein bisschen betonter, gerade im Tiefbassbereich, natürlich klassisch und so weiter, das habe ich ja schon gesagt, aber der macht auch mächtig Fun mit eben gerade Basslassikmusik, weil halt eben dann die Polster auch ein bisschen wackeln können und ihr halt hier diesen eher echt physischen Bass habt und so weiter, das macht halt wirklich schon geil, aber das ist auch schon das, was ich meine. Alles, was der Ananda super macht, macht, meiner Meinung nach momentan, wie ich das jetzt gerade sehe, vielleicht bin ich immer noch in meiner Honeymoon-Face nach einem Monat, vielleicht fragt ihr mich nochmal in zwei, drei Monaten, ob ich das genauso sehe, aber macht der Sennheiser IA 900 einfach auf seine Art, wie schon gesagt, beide unterschiedlich, nochmal alles Minimum ein Level besser. Deswegen zum Beispiel, heute hat mir auch wieder einer gesagt, 1300 Euro ist halt schon viel, das ist im Prinzip ein Ananda mit schon einem sehr guten Verstärker dazu und wenn wir jetzt mal gerade von dieser Denkensweise ausgehen und sagen, der kostet, sagen wir mal, so 800, 900 Euro und dann rechnet ihr halt jetzt zum Beispiel 500 Euro, zum Beispiel so ein Zen-Dack und Zen-Can-Combo, das ist eine wirklich hochqualitative Kombo, dann seid ihr ungefähr bei dem, was ihr nur für den Kopfhörer zahlt. Aber hier im Prinzip kaufe ich mir jetzt nur noch ein 100 Euro Dack, ich weiß, ich nutze nicht alles aus und das ist nicht der Idealfall, aber wenn ich jetzt eben, das habe ich auch im Test so gesagt, sagen wir mal, 1400, 1500 Euro Budget hätte und ich müsste mir jetzt momentan was zulegen, dann könnte man jetzt Ananda plus guter Kopfhörer verstärker sagen oder eben ein bisschen mehr in den Kopfhörer reinstecken, was meiner Meinung nach immer noch das ist, was einem am meisten zurückgibt, als zum Beispiel jetzt und da könnte man meiner Meinung nach problemlos bei dem Sennheiser auch ein bisschen sparen. Sollte man im Idealfall nicht, aber ich sehe bei dem einfach deutlich weniger Grund mehr auszugeben und deswegen, wie schon gesagt, der Sieg ist für mich ganz, ganz klar und auch überraschend, weil das ist halt für mich auch immer das Ausschlaggebende, am Ende des Tages, wie ich das Ganze empfunden habe, nach einer ganzen Weile hören und bei mir war es einfach so, okay, natürlich, wenn ich jetzt da mehrere Stunden die ganze Zeit nach jedem Lied immer hin und her wechsle, zwischendurch und dann bestimmte Bereiche wechseln und so, habe ich auch schon im Sennheiser-Test gesagt, bei dem Sennheiser habe ich gar keine Lust, das zu machen, dieses aktive Zuhören und Analysieren, weil ich den ja sowieso einfach nicht in Frage stelle. So wie die Musik klingt, so, ich will nicht mal sagen, dass es so klingen sollte, aber so klingt sie für mich momentan, vielleicht aber auch für andere Leute, einfach ideal, da würde ich nichts dran ändern, also werde ich das nicht analysieren wollen, aber wenn ich das halt so eben sehe, ist der halt gerade echt das Maximum und ich will nicht sagen, dass es der beste ist, aber für 1300 Euro, was verdammt viel Geld ist, kann ich absolut nachvollziehen, ist es einfach auch schon, wie gesagt, das ist problemlos Endgame, weil ich wüsste nicht, wo ich da eine Steigerung sehe und das von dem Kopfhörer, der eigentlich im Prinzip gegen das spricht, was ich will, ich bin normal Over-Ear-Fan, das ist kein Over-Ear, das ist ein In-Ear, ich bin normal offener Kopfhörer-Fan, das ist ein geschlossener, normal eben mag ich es hell, der ist eher dunkel, aber trotzdem, weil er halt alles, wie er gemacht hat, so, nicht perfekt, aber nahezu, oder so nah, wie es geht, an perfekt umgesetzt hat, ist es einfach so ein geiles Spektakel und deswegen, für die Leute, die gefragt haben, weil sie gemeint haben, sie haben ein Aneinander, sie suchen eben eine In-Ear, ja, eine portable Version, ist es nicht direkt der passende, also ihr müsst einfach schon bereit sein, für euch zu wissen, bin ich auch bereit, was klanglich, von der Abstimmung her, komplett anderes eben, hier mit dem in Kauf zu nehmen, was aber auf einer, wenn man offen ist, für eben diesen Geschmack, oder eventuell kann man sich es auch e-tunen, wenn man will und so weiter, wobei das bei dem schon fast ein bisschen, ja, Blasphemie wäre, dann kriegt man es zurück, wie ich schon gesagt habe, die sind beide, aber das habe ich von Anfang an klargestellt, nicht miteinander vergleichbar, aber weil Leute den vergleichen wollten, habe ich ihn gemacht, er ist für mich persönlich auch, muss ich sagen, überraschend, gerade nachdem ich die Unterschiede gehört habe, weil ich habe den einfach im direkten Vergleich gehört und dachte, oh Mist, aber das ist doch den, wo ich es so super fand, warum gefällt mir der so viel besser, das liegt einfach daran, weil einfach nochmal die Klangqualität einfach so viel besser ist und das zeigt sich leider halt natürlich schon im Preis absolut nachvollziehbar, vielleicht fällt er auch noch mit einer Weile, aber er ist auf jeden Fall egal wie teuer, aber das Ding hat eine Faszination für sich, die ich in fünfeinhalb Minuten, ich muss da einfach ein bisschen salty nochmal drauf eingehen, einfach nicht irgendwie rüberbringen kann, ich hoffe mal, ich habe das jetzt in dem knapp 20 Minuten langen Video gemacht, also ihr wisst hoffentlich, ob das was für euch ist und ich habe es aber auch schon im Test gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer den hört, selbst wenn er halt, wie ich zum Beispiel, ich glaube, ich bin der Beste, wer weiß, der nicht so eine Abstimmung mag, mega fasziniert ist und teilweise sogar davon abgekommen bin und ich habe das Ding gerade permanent in den Ohren, also ich habe es nahezu ständig gerade irgendwie griffbereit, ob es beim Spielen ist, ob es bei Musik ist und so weiter und das macht den halt einfach auch deutlich flexibler, weil ich bin, deswegen war das auch zum Beispiel für mich nie ein Grund irgendwie großartig In-Ears zu testen oder auch eben welche selber zu kaufen und weil ich einfach keinen Gebrauch dafür hatte, weil normal, wenn ich In-Ears nutze, dann ist es nur unterwegs und dann waren es bei der Arbeit oder so meistens eben TWS, weil es praktischer ist, aber jetzt gerade bei dem guten Wetter und so weiter, wenn man öfter mal rausgeht und seit ich eben zum Beispiel den Sennheiser EA 300 habe, wo ich auch nicht wirklich benutzt habe, hat es mir einfach mal wieder gezeigt, In-Ear ist nichts für mich, aber der, den benutze ich jetzt so oft, wo ich einfach auch sonst kein Over-Ear nutzen würde, weil ein Over-Ear muss ich sagen, benutze ich im Prinzip nur hier oben, wenn ich im Studio bin, wenn ich Musik höre, wenn ich was teste, wenn ich am Spielen bin oder so weiter, aber das ist jetzt einer und das macht den halt für mich eben so viel auf eine Art flexibler und deswegen macht es auch das Geld aus, weil man braucht im Prinzip keine zwei, weil wenn man so einen hat, dann braucht man Portabel noch eine Lösung, aber den hier kann man auch eben easy, eventuell vielleicht mit einem Verlängerungskabel, weil das Kabel ist ein bisschen kurz, muss ich zugeben, aber ich habe sowieso einen 2,5er auf eben 4,4er Pentagon oder 6,3er eben Anschluss, wo ich als Verlängerung habe einen halben Meter, deswegen ist er für mich eben super eben als Desktop-Lösung, super als Portabel-Lösung, ich kann das Ding wann immer ich will nutzen und bei mir ist es aber auch so, egal ob ich, also wenn ich von einer Produktkategorie mehrere Geräte habe, benutze ich meistens nur ein einziges und das ist das, was mir am besten gefällt und momentan ist es der Sennheiser und da der in allen Szenarien gerade der Beste ist, sind momentan gerade alle anderen, die ich habe, die ich auch nicht oft nutze, weil ich nicht hin und her wechsle, weil ich meistens sowieso immer nur die Testgeräte nutze, aber gerade der, und das ist zum Beispiel auch der nächste Punkt, ich habe den jetzt seit einem Monat da und das ist Mitte der Grund, wieso ich drei, vier, mittlerweile jetzt sogar fünf andere Kopfhörertests komplett ab links lieben lassen, denn ich habe noch ein 350 Euro in ihren anderen, ich habe jetzt noch zwei TWS bekommen, ein dritter ist noch unterwegs und die müsste ich eigentlich testen, aber sobald ich die im Orb und dann schon muss ich hören, denke ich mir nur noch, ich will zurück auf den seiner i900 Klang und das ist zum Beispiel eine Sache, auf die wollte ich nochmal zurück, als ich vorhin gesagt habe, dass ich den Vergleich länger gemacht habe. Nachdem ich jetzt gestern so ein paar Stunden mit beiden verglichen habe, wollte ich eigentlich, nachdem ich immer jetzt von dem Aneinander auf den Sennheiser i900 gewechselt bin, einfach nur sagen, so beim nächsten Lied, ich lasse den Sennheiser jetzt nochmal drin und ich will nicht mehr hin und her wechseln, weil gefällt mir einfach so viel besser und das ist eben diese eine wichtige Sache, er muss einem gefallen, aber wenn, dann aber sowas von. Das hat jetzt meine Aufnahme zum Klippen gebracht, aber egal, ich würde sagen, das soll es gewesen sein, die Antwort für drei Leute war, glaube ich, mehr als ausführlich, aber ich hätte es in einem Kommentar ohne fünfeinhalb Minuten nicht machen können und ich hoffe mal, es hat denen geholfen, vielleicht haben es auch noch ein paar andere gesehen, vielleicht gucken wir auch jetzt noch ein paar andere mehr, den Sennheiser i900 Test und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, ciao. 25 Minuten am Stück gelabert, ohne Vorbereitung, nicht schlecht, halt mit meinen Notizen, aber hehehe.